Ah! Wisp! Ha ha ha, Mavis! Ja, damit ein herzliches Willkommen zu The Sims 4 an die Arbeit Kids-WG. Okay, so, da hattest du genommen gehabt, Spice ist jetzt wieder da, ähm, dann kannst du hier auch den Zeugenbericht aufnehmen, äh, so, mal sehen. Brauchen wir dann noch einen? Nein, gut, dann kannst du mal, sag ich mal, äh, hier nach Spuren suchen. So, mal sehen, ob er was entdeckt. So, dann kannst du hier, nein, hier, äh, nein, darfst du jetzt nicht hier ein Weißfoto machen. So, dann kannst du hier nach Spuren, so, da ist weiter nichts. Dann guck hier mal, ob der Täter auch hier war. Nein, hier war er nicht. Ähm, dann such mal hier ab. Ah, hier draußen, okay. Dann kannst du mal hier Weißfoto machen, Weißmittel sichern und dann kannst du hier weiter nach Spuren absuchen. So, so, du machst fleißig, gut, und du machst auch fleißig, ne? Ja. Die scheinen ja hier es sehr lustig zu finden. Ah, da ist noch was. Da hat der Täter noch was verloren. So, Foto machen. So, hier noch suchen. Nein, gut. Dann noch einmal hier absuchen. So. Ja, gut. So, dann kannst du hier sicherstellen. Ähm, dann kannst du hier mal absuchen. Ne, okay. Gut, dann würde ich sagen, suchst du mal hier ab. Ach so, wir verlängern kurz noch. So. Dann kannst du hier absuchen. Dann müssen wir auf jeden Fall Foto machen, Beweismittel sichern. So. So. So, dann such hier nochmal ab und dann geht's zurück. Auch wenn wir hier draußen nicht abgesucht haben, aber naja. Sonst klappt der uns hier noch. Hier ist also nichts. Dann würde ich sagen, ab mit dir zur Wache. Ja. Ja. So. Nee, such ich nicht. So. Ähm, da sind wir. So. Ähm. Abgleichen. Dann würde ich sagen, äh, abgleichen. Foto. Wieder total wenig Leute hier. Das ist immer, wenn man, äh, vom Tatort wiederkommt. Da sind alle Gefangenen weg. Nur ein paar Kollegen sind da. Sogar der Präsident ist im Moment nicht da. So. So, dann kannst du... Ach so, er wird jetzt unmächtig. Ah gut, dann wird mal unmächtig. vielleicht schaffst du dann noch hier äh, hinzufügen. Ach, da kommt Straffi wieder. Na, gut. Geschlafen. So auf dem Fußboden mit dem Kopf. Am Boden. Ah, so. So, schaffst du's? Sehr gut. Ähm. Ach so. Strafe empfehlt. Küssen. Okay. Gut, dann geht's jetzt nach Hause. Mach dir keine Mühe. Du kiesst. Siehst du? So, und ab dafür. Dann kann er jetzt zu Hause schön Nickerchen machen. vielleicht so zwei. So, so. Ach ja, könnten wir ja eigentlich mal aufstellen. Die Eismaschine. Kommt. So, da ist er auch schon wieder. Dann würde ich sagen, kannst du hier ein Nickerchen machen. So. Sehr schön. So. Du hast soweit abgeschlossen. Sehr schön. So. Ach ja. Äh. Die könnten ja oder sollen ja dann kann mal er hier einen Kuchen backen. Äh. Kochen. Und du versuchst dich mal an dem Schokokuchen. so. Weil dann können die Jungs noch älter werden. Der Lenny und der äh Lukas. Ach ja, was ich dann natürlich auch vergessen habe zu sagen ist, ähm die Ehepaare ähm behalten ja ihren normalen Namen, ne, wenn sie geheiratet haben. Ähm meine Frage an euch. Soll das so bleiben? Sprich, soll, äh, zum Beispiel Alana und Don nach wie vor ihre, äh, Nachnamen behalten? Also Don sein Lotario und äh, sie behält, äh, halt, äh, ihren Mädchennamen oder sollen wir beide kombinieren oder soll ein einziger Familienname, dann würde das natürlich sich auch auf die Kinder dementsprechend auswirken. So, da bist du wieder angespannt, dann kannst du Schaumbad nehmen. ähm, so, ne, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Sollen die Ehepaare den gleichen Nachnamen haben oder so belassen, wie es jetzt ist? So, dann kannst du hier Geburtstagskerzen draufstecken. So, dann kann der erste Jungen sich was wünschen. Können die zwei Jungs jetzt noch älter werden, das schaffen wir noch in diesem Part. So. Dann komm mal her, Bübchen. Und wer zum Teenager? Na, ja, wenn man sich was wünschen soll, ist meistens schwierig, ne? So. Bup. So. Und was geben wir denn unserem Kleinen? Och, er kann ja hier äh, Meistermixer werden. Und dann ist er natürlich äh, dementsprechend sagen wir mal wo haben wir es, wo haben wir es? Hallo. Kreativ. So. Dann fällt es ihm das auch äh, leichter. So, dann kannst du hier na, wie siehst du aus? Hm. Bist aber ein schnickerbursche. So. Hübscher Junge. So, dann komm mal her, Lenny. Etwas wünschen. aber echt ein hübscher Bauschirr. Das war aber sehr müde Johnny. Ah, jetzt hängt das Spiel wieder. So. so. Und. Hup. Oh. Äh, er ist ein Bücherwurm. Ähm, dip, dip, dip. Machen wir ihn mal. Ähm. Ja, machen wir mal hier einen Meister, äh, niederträchtig. Nee, ich will eigentlich nicht so wirklich, ähm, ein negatives Merkmal haben. Ähm. Ähm. Äh. Botaniker. Schwierig, schwierig. Ähm. Ähm. Nehmen wir hier den Sammler, also beziehungsweise den Botaniker. So. Und, äh, dann machen wir dich, ähm, ähm, äh, 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 chaot. Ja, machen wir dich, weil auch kreativ ist gut für Gartensache. Robby! So. Haha, da ist jemand wieder wach geworden. So. Ja, das sind dann jetzt unsere zwei Bürschlein. Der zieht hier eine Floppe, wie wer weiß was. So. So. So, was willst du kennenlernen? Ja, das kannst du meinetwegen machen. So. sehr schön. Naja. Diese zwei Jungs Stück nehmen ja, das kannst du machen. Oh, und er braucht, äh, seelischen Zuspruch. Naja. Mit diesem Geburtstag, äh, beende ich dann auch diesen Part und sage, schön, dass du dabei warst. Schön wär's, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann. Tschüss. Tschüss. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020